Zum Abschluss des 34. Spieltages in der Penny DEL treffen die Löwen Frankfurt auf die Grizzlies aus Wolfsburg. Frankfurt mit sieben Niederlagen am Stück, abgerutscht in den Tabellenkeller und Wolfsburg mit vier Niederlagen am Stück. Die Löwen in Überzahl, knapp fünf Minuten gespielt und die Scheibe kommt Richtung Tor. Und der Rebound, der landet fast bei Carter Rowney auf den Schläger, aber die Scheibe springt rüber. Glück für Wolfsburg und Dustin Strallmayr im Tor der Gäste. Dann der Konter für Wolfsburg in der zehnten Spielminute. Klasse, rausgespielt durch die neutrale Zone, das 1 zu 0. Hier, Schinko in der neutralen Zone, leitet den Puck einfach mal weiter auf Justin Faeser. Und was für ein schöner Flip-Pass rüber zu Darren Archibald. Sein elftes Saisontor, keine Chance für Joe Canetta im Tor der Löwen. Die Hälfte des ersten Drittels vorüber. Frankfurt mit der nächsten Möglichkeit, Breitkreuz und dann ist Nathan Burns da. Und das war eine richtig gute Möglichkeit für die Löwen. Breitkreuz mit der Scheibe rum und dann Burns mit dem Schuss. Aber die Fanghahn von Strallmayr ist da zur Stelle. Frankfurt im Vorwärtsgang, der Angriff wird abgefangen. Der Puck wird nach vorne gespielt. Svenza Marcek ist da und der lässt es klingeln. Die zwölfte Spielminute. Marcek mit seinem 14. Saisontor, weil die Löwen den Puck verlieren. Im Vorwärtsgang O'Connor mit dem Pass für Marcek. Und der tunnelt dann Canetta. 2 zu 0 für die Grizzlies, die hier einfach spielen im ersten Durchgang. Und so verdient mit 2 zu 0 nach 20 Minuten führen. Das zweite Drittel sieht dann ganz anders aus. Frankfurt mit viel Energie, mit hoher Laufleistung, mit viel Druck von der ersten Minute an. Mit einer guten Möglichkeit hier für Alanoff. Und dann ist der Puck da schließlich unter Strallmayr festgefroren. Hier sieht man die Möglichkeiten. Dann kommt der Puck nochmal zurück. Strallmayr setzt sich drauf. Die Löwen weiterhin im Vorwärtsgang. Die Löwen in Überzahl. Cramarosa setzt sich durch. Scheibe ist noch frei. Brace zielt dann. Kunig die 26. Spielminute. Und die Löwen mit einem Überzahltreffer. Stark der Einsatz von Cramarosa, der ein sehr auffälliges Spiel liefert. Brace mit dem Pass für Kunig. Und die Löwen, nachdem sie kein Tor in Iserlohn geschossen haben im Auswärtsspiel zuvor, heute also erfolgreich. Siebeneinhalb Minuten noch zu spielen im zweiten Durchgang. Frankfurt weiterhin mit viel Druck in diesem zweiten Drittel. Der Puck kommt zu Brace. Schuss Richtung Tor. Dann ist Rowney da, ums Tor rum. Und der findet Reed McNeil, den Kapitän. Der Löwen, der Verteidiger. Mit dem Ausgleich in der 33. Minute. Und Reed McNeil mit seinem ersten Tor nach 66 Partien ohne Treffer. Frankfurt mit dem 2 zu 2 vor den Augen des Bundestrainers Harry Kreis. 40 Minuten gespielt. Die Partie unentschieden. Und so auch kurz vor dem Ende. Alle stellen sich auf Overtime ein. Frankfurt bringt aber dann den Puck nicht weg. Ist unentschlossen. Zögert. Die Scheibe kommt zu Rowney. Der ist zu langsam. Trifft keine Entscheidung. Und Andy Mili ist zur Stelle. Hier klaut Carter Rowney den Puck vom Schläger. Weil der die Scheibe nicht wegspielt. Auch hier dieser Pass schon sehr gefährlich im eigenen Drittel. Ein Spiel dauert 60 Minuten. Und Mili setzt den Schlusspunkt 3,4 Sekunden vor dem Ende. Der Schlusspunkt in diesem Spiel. Wolfsburg gewinnt in Frankfurt. Ich sah eine Chance, den Mann mit dem Puck mit dem Puck zu erheben. Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. so I decided to wait them out and wait them out and I actually still almost missed it off the bar and didn't luckily. I said my prayers before that period so I think they were answered. Yeah, we've been talking that we've got to play more desperate hockey because of the situation we put ourselves in. This one stings just the way that it ended but I guess you can take a few good things out of it but we've still got a lot to work on. Also im 700. DEL Spiel von Björn Krupp zeigen sich die Grizzlies aus Wolfsburg weiterhin auswärts stark und gewinnen mit 3 zu 2 bei den Löwen Frankfurt. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live. Nur bei Magenta Sport.